ein herzliches willkommen zum neuen part von let's go super Mario Party hier geht es weiter und ich führe und depp mir bald noch mehr krasses Zeug scrabben aber machen was der tod herbeisagt wer gewinnen wird mal schauen was der meinungsexperte sagt ja der meinungsexperte hier auf dem Tisch weg aber der sagt ja nie richtig voraus bei der weniger Zeit zur absoluten Daisy Vernichtung jetzt tut ihn auf dem Tisch runter sonst krabbelt das Mikrofon auseinander kommt Daisy vor mir dran nicht ne jetzt hoffen wir mal ne sonst hab ich gar nicht problem sind glaube es ja moin das ist ja übelst nice hier oh das ist nicht nice oh mein Gott wie viel da bin ich befürchte leider oh mein Gott ich kann dich das nicht tun lassen David ich kann dich das nicht tun lassen David ich werde dich leider ausschalten müssen nein bitte nicht ernsthaft bitte bitte lass mich bitte du bist der einzige der da noch rankommt bitte du hast das letzte Mal schon gewonnen lass mal dein Freund sich hier gewinnen du willst jetzt das ist gewinnen ich werde ich werde dir entweder einen Stern oder oder Münzen klauen nein nicht beides nein klau mir nix doch werde ich nein du kannst nicht mit fünf Sternen dieses Spiel werden jetzt mach weiter hier vielleicht kommst du nicht mehr dahin so oder nein Junge du mein ich bin auch nicht auf das gegangen also komm stop 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 hörst du das I'm a bitch jetzt mach weiter sonst ist hier der totale Krieg also wer ist gefährlich hello who are you Junge ernst auf die ist gefährlich ist man aussog die ist näher dran als ist macht die kalt aber mir hat es geht noch keine zwei Sterne damit trotzdem bin ich näher dran in unserem eigenen Interesse macht die kalt Junge weil die hat 32 Münzen die kann sich drei Sterne kaufen die kann sich drei Sterne kaufen kacke was dann kann ich aber erst nächste Runde rüber ja nächste Runde auch gut es geht nicht wieso ich muss nur mal würfeln und ich werde das Ding verpassen stimmt mach was du willst aber so gesehen ups ob das fast wieder hinten rein so gesehen muss ich auch gar keinen Sterne klauen wenn ich sie mir alle selber holen kann he cried like a bitch was will ich für ne zahl weißt du das eins shit wie viel ist der Ding entfernt ich weiß es nicht ich glaube vier oder so eins zwei drei vier oder fünf ja fünf aber du tust nicht mich damit es hier mobben ne gut doch wirklich nein 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 habe ich ja das sollte eins zwei drei ja das ist ein argument mach weil ich der einzige bin mit stück ich bin der einzige der sich so viel geld leistet der so viel geld hat um sich dem zu leisten dann und das auch nach unten nach unten danke so ein stück das scheiße ob er sich dahinter maß nicht mehr ist keine gefahr so oder so ist was soll ob man klar auf geht lässt vielleicht gibt aber doch nichts auf aber ich glaube er müsste aufgehen außer es hat total ist fest immer mehr mehr als sorgen um Rosalina die olle wuhre er hat mir nicht gesagt du bist nett ich empfehle dir das nicht zu tun damit jetzt machen wir erst mal das Blühbrett an 1 2 3 4 5 6 6 brauche es das heißt ich werde definitiv das hier nehmen und hoffe dass es einfach irgendwie drei oder sowas würfel sonst habe ich ein großes problem bitte 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 komm 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 nein wie lieget schieber 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 mal schauen was die gute macht ja die holt es jetzt vielleicht wieviel müssen hat die ja ok du holst es drei allerdings macht die mir auch keine ja doch die könnte die mich zum Schluss dann ganz zum Schluss gefahr machen Wenn es um die Austeilung geht dann am Ende Weil die kann das gerade so die Dreistock leisten Belastend Ja die macht mit wirklich Konkurrenz die gute Dame Vielleicht gewinne ich das dann tatsächlich nicht und habe kein Glück Was? Ja Bobi Ja Bot darf nicht gewinnen Die Bot machen wir kalt Da bin ich aus deiner Meinung Auf deiner Seite Bot darf nicht Sieg Machst du wieder auf 5 Ich glaube 20 oder so Geh nach hinten Nein Wer ist hier so aggressiv Ich bin normal Mit mir Alter du weißt wenn du so machst Nein 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 Weißt du wie es sich anhört Das kommt gleich Übersteuergefahr Was nicht dabei sein ist alles Heraus wird welcher Charakter fehlt Was wie Oh ich kapier's Ab geht's Ja hier der kleine Monok hier Bist du dumm Die irre ach so Das ist ja easy Lass mir die Wale hingehen Das ist ja easy Komm let's go Let's go All dieser Leertaut hier So ist er richtig behindert Das Ding ist da Ich glaube der fehlt Der blaue ist nicht da Ja das ist ja easy Junge was sind die Bots dumm Geil Was sind die dumm Nein Und null Johl Frage ich ob er von uns wird gewinnen Achso wer Ah ich kapier Ähm Da Gleich sein zwischen uns beiden Mhm Definitiv Fuck Du hast vor mir Ah du Stück Was ist die Ich war nicht ganz sicher Der ist ein großer Wunder Der Bounce aber kek Deine rechts oben Was Ja Der hat mich abgefuckt Weil der ist ein bisschen außer für Cooper Ja ein bisschen Für mich Ich hab's gerade gehört im Stream In deinen Kopfhörern Dieses Brrrr 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 überholen ist das letzte runde so eine vorletzte hier kommt keiner mehr hin 43 münzen ich bin die redsche bitch ich habe alles kaufen ja du bist auch wieder die kommt jetzt auch gefährlich nah gerade keine chance gegen mich die kleinen Nuckelpinn aber keiner holt mich ab du hast sowieso einen Stern mehr als ich noch die Frage aber das ist immer spannend du kriegst keinen Bonus wer weiß kommen nach fünf Linien in den letzten die man so und wieder sind die ankommen der tunt ist ein Controller weg weil sonst du weißt wie es ist ein 滅 wie sonst hab was gerade ratungen genommen wird sagt das nicht so als er gesagt und ist vom Controller weg ja nicht die Kontrolle vom Tess und er will noch und zu Rettstück kreislich 10 Münzen pro Feld stimmt Joa ich geh nicht hier wenn sie keine Münzen trinken wer hat den Sternen da war was naja aber ein ist ja nicht so schlimm ja ok allerdings find ich das 3 geiert da oben hab das ein kleines Problemchen wir haben noch 2 Runden ne also eine danach da kommt die ganz schnell hin im Gegensatz zu mir ja gut ich wurfel einfach so weil ich hab nichts zu verlieren ich kann auch nichts zu gewinnen lell siehs geh siehs ne 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 andererseits ähm klau tu mir einen gefallen und klau Daisy Geld machs nächste Runde äh sorry Rosalina äh sorry dir was ne Rosalina sie hat doch nur 4 für 5 oder Daisy einen von beiden sie dürfen kein Geld haben ja das ist ja ich hätte ein Torbopilz nehmen sollen danke bei dich zu schätzen dass du diese mit dem Torbopilz hättest er hätte doch gesuppt oh will das aber auch jetzt so knapp Ja, hätt's dir nicht verdient. Der macht nix. Ja, es hätt'n Turpils nehmen sollen, ich idiot. Die kommt nicht mehr bis hoch. Ich idiot, es hätt'n Turpils nehmen sollen. Die kommt nicht mehr bis hoch. Kannst du knicken. Ich idiot, es hätt'n Turpils nehmen sollen. Hörst du auf, das die ganze Zeit zu sagen? Oh nee, hätt's mir unbedingt. In Chancenphase. Klau Rosalina Geld, damit sie nicht die letzten paar Sterne abgreifen kann. Das ist ein Argument. Wir dürfen jetzt einfach nur noch Sterne abgreifen verhindern, das ist alles. Nur nix da rumkrebsen. Ja, Goll. Ja, Goll. Joa, das ist so easy für uns. Ey, du bist gearscht, Philipp. Äh, David. Sorry. Weißt du, wieso bin ich gearscht? Der Fahrer ist Daisy. Start. Nein. Yay, danke Rosalina. Klau ihr Geld. Ja. Bist du grad reingeschlagen? Ja, Mensch. Hast du grad reingeschlagen? Ja, ich bin mit dir nur unter andern Deckel. Ja, ich bin mit dir nur unter andern Deckel. Ja, ich bin mit dir nur unter andern Deckel. Damit klau ihr Geld. Klau. Ihr. Geld. So, that's the last one for the day. Okay. Nimm mal gespannt. Aua. Teilen Keks für Kobolde. Was? Das war mal so ne Show, die lief im Fernsehen. Das war auch mal ein Buch. Echt? Drecksbuch. Ich hab das Buch gelesen. Ich hab nie die Sergius heute, aber das Buch gelesen. David. Ich hab mir ein Turbo-Pilz nehmen sollen. Es war nicht so ein Horst. Keine Münzen für Daisy. Äh, für. Aaaaaaah. Oh nein. Ja, sie verändert den Preis. Hoch mit dir, Daisy. Go, go, go. Nein, theoretisch konnte sie auch... Auch in Ultra-Pack fälschen. Ich seh dumm. Ich weiß genau, was sie vorhat. Ich seh dumm. Sie ist so behindert. Daisy. Erzählt jetzt einfach die letzte Runde, ne? Als ob sie einfach verdenkt, sie kommt noch rüber. Sie hat es weit hier mussten. Aber sie kann jetzt nichts mehr machen. Nein. Du musst eine Runde auf diesem Ding rumsitzen. Das stimmt auch wieder. Würfel, ne? Das ist ja... Nein, Items. Nein, Items. Geld. Klau-Flasche? Ne. Die da? Ja. Ja, stimmt. So, du... Du klausst uns nix mal hier, du kleine Bitch. Kleine Bitch. Nein, das waren wenige. Oh. Ui. Ah, die Preise werden teurer. Ja, hast du nur einen Stern versaut. Ja, das ist Hit, aber eine... Ich mach's dem erst Konkurrent, ne? Oh Gott! Nicht nur dir. Das ist kritisch. Ich würd meinen Platz gern behalten, by the way. Ich komm halt für die meisten Münzen. Sie hat ihren ultimativen Würfel. Fuck. Ja, ich glaub, die bekommt dann noch was hier. In solchen Fällen ist so ein Giftpilz nicht schlecht. Ja. Eins, zwei. Ne, eh ne. Doch. Doch. Oh, fuck. Wieviel kosten die fünf, oder? Ja. Zwei. Oh, komm. Jetzt ist sechs Stern alle. Ja. Betrug. Mit Helferbonus. Ihr gewinnt. Nein, es wird knapp. Ich bekomme noch eine für die meisten Münzen. Ja, es wird mit Helferbonus. Ich gewinne die definitiv. Nur wegen Dainzy, der blöden Bitch. Wie ist denn da unten so umeiert? Ohne Leben. Sie hat nur den Preis verändern müssen. Nicht mal das kann sie. Ja, das ist unnötig, wieviel die jetzt kosten. Jetzt kosten die Szenen hier, ey. Das hat geholfen. Ja. Was so als Münzenabzug noch für sie. Die Pleite. So, last minigame. Also eins dann bekommt ich glaube ich noch, aber halt auch nicht mehr. Ja, wirklich. Ich will sie noch töten. Also jetzt weiter. Sauberer Arbeit. Extrasterne. Ah, ja. Die ist so OP mit ihren Science-Ding. Wenn wir uns denken, schon streiten, wer wo saugt. Los rüber. Wissen stärker als Daisy. Ja, das geht so. Das geht gut. Okay, ich konnte nicht bisschen schneller gehen. Bisschen schneller. Daisy ist so kacke. Okay. Die ist halt also dumm. Du musst es heißen. So, wir machen jetzt die 6. Mathis. Geht nach oben. Was macht denn die Daisy da? Ich weiß nicht. Sie ist Strohbehindert. Fühlt dich mal irgendwo hin, wo es was gibt. Komm, ich geh da und ihr da. Ja, saugs. Ich glaub wir haben mehr, oder? Ja, Leute. Ja. Sieht so sacknah aus. Yay, nochmal Geld für uns gegammelt. Und nochmal extra Geld für uns gegammelt. So sieht's aus. Jetzt gibt's Bonus Sterne für uns. Eieieieieieieiei. Ja, bin da mal gespannt. Was jetzt hier für Ex das deine gibt. Ähm. Wobei, es gab da nicht mal einen Partner bei uns. So bist du ne? Was ist ein Sternraß des Dings? Wer hat nun gewonnen? Ja, das wird erst knapp hier, die ich mir. Aber hallo. Oh. Ich glaube es nicht. Wer weiß. Ähm. Und dann gehen die Boni durch. Ich bin neul. bla 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 nicht die erste bonne vergeben wird münzenbohnen ich glaube den bekommen ist ja ich glaube der geht an mario danke aber das war's also mehr bekommen ich glaube bis nächstes oder trüdelbonus ja da kommt einer von den kleinen behinderten leuten der bestimmt also bestimmt das ist hier ja die wird aber auch so gefahren wie viel hat die jetzt zwei oder drei gut ja kommt die eine die dritte ich glaube mal ja ich habe gewonnen das letzte mal du heute ist es doch toll damit nicht klatschen kann so aber hart verdient hier die rosalina wurde gefickt so leute aber da geht es ganz ehrlich beim zusauen von die part im nächsten park ist weiter mit nächsten muri muss man machen was für uns sowie anzauern das war es aber soweit für den zeitpunkt macht's gut bis zum nächsten mal und ciao